Nun, Advanced Solar Penmore. Im Bogen ist er einfach ein Schuss und tot. Diamant. Äh, Lapis. Weißt du noch, wie Lapis die Geometa-Rezept war? Äh, ne. Okay. Woher? Weiß ich nicht, dachte ich vielleicht. Ich tippe mal. Komm, ich vermute jetzt auf mein L. Äh, warte, warte, warte. Ich hab's. Ist ernsthaft L. Ist ernsthaft L. Ja. Pfff, lächerlich. Was? Ja. Ich freu mich grad, also, wieso haben ich eigentlich grad Holz? Zum Bauen. Wenn ich mir vielleicht bei dir ein bisschen Geometa leihen könnte, ne? Nö, du wolltest kein Geometa leihen. Nö? Nö, du wolltest alles selber bauen. Hab ich nicht gesagt. Jetzt kannst du alles selber bauen. Kannst du ja klauen, stimmt ja. Ja, 2, 3, 4. 2, 3, 4? Nö, aber ich glaub ich hab schon gut Holz grad. Ja, jetzt deckt jemanden. 1, 2, 6 davon. Ja, ja. Wie gehen die Dinge jetzt nach? Ja. Ach so, Iridium. Nein. Ist das Iridium schon? Ja. Ja. Ja, Iridium. Obwohl das geil ist mit der Rüstung haben wir noch nicht so überziehen wie Johnny. Nö. Ja, aber ich brauch auch gar keine Rüstung. Ich kämpfe halt nicht so. Wirklich, ne? Nö. Und außerdem hab ich ein verzauberter Schwert. Ja, ach so. Ja. Wenn ich in den Tower reingehe hab ich die und dann zur Not kann ich den Rest ja reparieren. Ja, schon. Also von daher. Jaaa. Ähm. Schau mal kurz was anderes. Hast du auch noch einer? Die liegen alle voll verstreut. Ich glaub der ist schneller. Hm. Da waren die drin. Haben ich da so Iridium nämlich fertig? Ah ja, da hab ich ja noch. Und dann gibt's fette Solarpanels. Ja, cool. Na, ich mach jetzt diese Ultimate Hybrid Solarpanels. Paar Stück. Ja, cool. Cool. Mach das mal. Mach nicht so ne, so ne komische Begeisterung. Ich kenn deine Begeisterung. Ja, du mit mir auch. Find ich auch cool. Kannst du ihn mal. Ja, 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 ja. Mach ich nicht. Ey, der läuft aus drein hier das Ding. Äh, ja. Ich müsste mehr Squat, mehr Squat produzieren. Ich mach grad schon wieder so ein bisschen durcheinander Sachen. Ist das nix neues? Das mache ich jedes Mal. Hm. Ach ja. Der Flash hat eine Zarde. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Abstreiten, abstreiten. Ich streite das mal ab. Ja. Du und abstreiten brauchst du nicht. Oh doch. Und wo du recht hab. Nein. Doch. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Über genug, dass ich noch Refined Eisen hab. Hm. Ich glaub glaub ich auch noch zu wenig. Hm. 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 Brains. Stopp mir einfach zu lange. Hm. Hm. Ja, ja. Deswegen passt auch der Name zum Projekt, ne? Bekloppt ein Projekt? Nein. Nein. Ne, überhaupt nicht. Silvangat. In Silvangat. Wozu sollte das kla- passen? Weiß ich auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wovon du schießt. Ich weiß es auch nicht. Ne. Cool. Ja, 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 ja. Ach so. Hm. 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 Ja. Ich habe zu wenig, man glaubt es kaum, zu wenig wie Feind Eisen. Oh, wenn die Koks. Ja. Koks. Koks und Noten. Schleck mal. Schleck. Hm. Ja. Komm schon. Ach ja. Der Flash, der hat einen Schaden. Wutsch. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Komm. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Dann zwei, vier. Aber weißt du, dass der Vorteil am ME-System hast? Fünf, sechs, sieben. Du hast dauerhaft Items im Ding. Und wenn da irgendwas zu wenig ist, dann kannst du dem sagen, ich brauch wieder. Ja, das ist mir doch relativ egal. Weißt du was? Okay. Mich stört das nicht. Mich stört das nicht. Ich wollt's ja nur sagen. Ach ja, Johnny guckt, die folgen ja auch, ne? Ups. Ja. Ups. Was denn? Ja, ups. Ja und? Ist ja nicht mein ups. Ist ja dein ups. Ach ja. Das, was läuft. Was hab ich denn da gesagt? Ups. Dass es mit dem ME-System läuft, ja. Ne, das andere. Ja und? Pipeleitung und... Was ist denn da mit Pipeleitung und Barrels? Ja und? Diapipes? Ja. Findest du? Ja, warte denn. Was anderes machst du denn? Nein, nein. Du wolltest es halt nur ein bisschen anders machen. Ja, wollte ich doch. Ja. Deswegen ja. ME ist besser, aber wenn du es mit den Barrels machen willst... Ich bin doch beschreut. Dauern aus. Beroliths, Beroliths, Beroliths. Bepepepepepepepepep�ipepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep. Woah, zu mir sagen ich bin bescheuert. Ist klaren. Ich glaube, bist bescheuert. 27,00VI Iridium. noch die ja hier die gar nicht alles umbauen ich frau unbedingt ein laser unbedingt die dringten die mit dem koppel die bettet die bibel der 2d 2 Esel Foh, Esel Foh, Esel Esel Foh, Foh, Foh Hä, was hast du denn jetzt? Ich weiß doch nicht Ich hab nichts Nein, nein, nein Mir geht's gut Ja, war mir klar Mir geht's super Ich glaube, es ist gerade dunkel geworden, ne? Keine Ahnung Kann ich dir sagen, ich bin in Etage 3 Wobei mir gerade die Blumenail geworden sind, also Ja, dann wird's dunkel Wie gesagt, ich bin in Etage 3, kann ich gerade nicht sehen Oh, mir egal Ich hab auch keine Nachtschaltung, hab ich noch nicht gebaut hier Ich kann hier gerade gucken Guck mal kurz im Stathaus Obwohl du denn gerade im Stathaus bist, dann können wir eigentlich gleich pennen Ja, können wir, ne? Moment, ich muss nur eine Etage höher fliegen Ja, es ist dunkel drin, das Portalzeit ist im Joran Oh, Junge Und ich liege Gehst du bitte nach oben? Oh, du bist so ein Eichhörnchen oder was? Oh, das ist einfach nur ein bisschen laut Ich bin hier oben und hab 21 FPS Geil Nein, er ist der Lizardmann Lizardmann Boah, ja, nur Hier im Stathausdektor Vielleicht ist das, weil das wohl übertrieben ist, da oben Was denn da? Hey, da ist ja nichts oben Ja Mit dem Äh, mit dem Mit dem Mit dem Schild Ach Laber nicht so viel Geht das nicht? Bau lieber Hey, was willst du machen? Hm? Was denn? Gar nicht Sag dir nichts Naja, du wolltest irgendwas machen Nein, wollte ich nicht Doch Nein Ich kenn dich doch Mach mir Miridio Plate 4 Advanced Und 4 davon Hab ich auch zu viel? 4 Flash Oh, das war klar Das ist ja wieder klar, dass ich nicht so viel davon hab Man ist der Flash Du Stimmt gar nicht Ich muss auf jeden Fall nebenbei alles fertig machen Oh man, ich hab schon wieder ein Lizard, wo ist er denn? Er ist der Lizardmann Den Er ist der Blizzardmann Ey, die verschießen so komische Komische Kackkugeln Kackkugeln? Kackkugeln, die gehen mir auf den Sack Komischen Kackkugeln Kackkugeln, die geht Ip Dip Kackkugeln 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 Wie fein So Ach Das passt doch jetzt schon Ach ja Ich brauch nur Was fehlte denn jetzt da? Der Fleisch ist doof So So Diamantos Telefantos Telefantos Diamantos Elefantos Elefantos Ups Ups Syvanya, ich weiß nicht mehr wie das ging hier Hey Syvanya, hey, hey, hey Syvanya Achja Achso, die kommen da rein 32 Und nun Okay Mist Nee, die bräuchte ich Oh nein Oh nein, 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 nein. Jetzt wird's teuer nochmal. Es wird einfach nur so teuer. Das ist so teuer. Nein! Der Creeper! Der hat mir meine ganze Truhe weggesprengt! Junge, wo kommt der denn jetzt her? Toll. Und ich hab keine Truhen mehr. Wo ich grad aufgreifen kann. Alter, 15 Truhen sind grad kaputt gegangen. Oh, arm ist duf, duf. Komm mal zu dir. Boah, ey, bleib da, mach mal Gnähter wenigstens aus. Hab ich schon. Hätte neben dem Schnauze gemacht. Bevor ich ins Botanum gegangen bin. Gut. Denker. Äh. Wo hat er Bummen gemacht? Hier! Ach, da. Hi. Guck mir mal an. Guck mir mal an. Jau. Ne Twiible Rüstung. Ja. Ich hab mir gleich gekrabt. Junge, Alter. Geht ja gar nicht. Was? Wie viel? Müll. Oh. Willst du hin? Dankeschön. Ich weiß, ich kann doch nicht mal sagen, ob irgendwas fehlt hier gleich. Weil ich hier nix sortiert hab. Ich hab auch nix genommen. Du auch. Nein, das ärgert doch einen richtig. Ja, ne? Das ist doch beschissen. Okay, ich hatte zu viele Truhen, die ich hier nicht ausstellen muss. Klar. Ja, kannst du nicht absehen. Jetzt guckst du nicht mal drauf. Wo kam der denn her? Der muss ja irgendwie weg. Oh. Oh, ja toll. Jetzt ist meine Workbench weg. Toll. Was ist denn? Nix. Warte mal, du bist doch... Bist du nicht noch hier? Bin ganz unten. Da fallen immer Items runter. Oh. Also, da wo du deine Monsterfalle hattest. Oh. Da fällt immer auf. Da fallen immer Items irgendwie. Hä, wo? Oder die hängt da irgendwo. Achso, die hab ich glaub ich jetzt aufgefangen, ja. Ja. Dann ist ja gut. Ich geh nochmal hier durch. Ich muss hier natürlich nach oben laufen. Nee, brauchst du nicht. Du hast kein Jetpack, ne? Deswegen sag ich ja, ich muss nach oben laufen. Ja, wenn du nämlich durch das eine Portal bist, kommst du nämlich bei dem anderen Spawner raus. Und dann geh ich da meist mit dem Jetpack hier mal raus. Ja, ich weiß. Gut, das war Gold. Ja, es ging. Ich hab dir auch gerade IP geklaut. Aber du hast ja nicht arm. Also. Was hast du mir geklaut? IP. Ach ja. Brauch ich nicht. Hi. Das ist schon gut. Die kannst du ruhig nehmen. Boah, aktivierst du die Dinge eigentlich? PC. Warte. 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 Magnet eben aus. Oh klar. Also. Okay. Machst du hier Monsterreihe. Warte, pass auf. Jetzt musst du dich hier vorne hinstellen, was wie vorne. Dann können die wenigstig kaputt schießen. Das Problem ist, die Spawnen außerhalb noch. Manchmal. Ja, das ist ja egal, oder? Und die Spawnen obendrauf. Ja, genau. Das ist manchmal das Problem. What the fuck? Was für ne Monster, ey. So. Jetzt hab ich die eben ausgemacht. Hui. Ah, jetzt das Problem, wie gesagt. Spawnen da unten und jetzt machst du auf den Hebel. Ja, toll. Ich hab da gerade drauf gedrückt. Ohohohoho. Scheiße, ey. Das ist auch ne effektive Farm, ehrlich. Ja, ja. Du kannst da oben EP farmen, aber dann hab ich gedacht, oh, machst du das mit dem Brain, was du hier hattest? Und was sollst denn die... Geh weg. Geh weg, das sind meine EPs. Das Problem ist, die Chests sind bald alle voll. Wenn du mal da reinguckst, dann sind die fast alle voll. Mehr ist das nicht. Wie gesagt, ich kann auch hier hinten. Was geil ist, wenn ich mal Knochen brauche. Nimm mit. Das Ding ist so voll. Nimm mit. Oh, ich komm hier nicht mehr hoch. Äh. Ne, kommst du gar nicht. Nein, doch, ich komm da nicht hoch. Moment, ich kann dir aber, warte, bleib mal da stehen. Aha. Pass auf, da kommt Holz.